Fortnite Spiele mal Fortnite Kon casa Fortnite Alix hat schon 14 Abonnenten mit Fortnite Mach doch mal ein Traum Spiele mal Fortnite Alix hat schon 14 Abonnenten mit Fortnite 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 Ok Leute Ich bins euer JamesGames und äh viele wollten es jetzt kommt's und zwar Fortnite ja ich hab gestern schon aufgenommen mit Linus und alle Aufnahmen sind im Arsch und mein Ton ist zu laut äh zu leise sogar danke dafür Nvidia Experience und jetzt müsste das ganze passen und zwar Leute ich spiel mal nur aus Fun mit random Leuten also jeder eigentlich jeder Zweite den man trifft der ist irgend so ein Inder der nur der denkt man selber spricht Indisch wir schauen einfach mal naja was passiert Hello warum sagen sie nicht Hello Hello can anybody speak here was sind das für Spaten in France what in France what okay alles klar I am French nice er ist Franzose das ist natürlich immer gut Dusty Depot sucks and Risky Reels sucks too Leute ehrlich die sind beide scheiße okay dann gehen wir Risky Reels und es ist halt immer der Mehrheit folgen es ist halt auch Gefahrenzone eigentlich weil es halt neu ist ich mein es gehen immer noch alle tiltet aber da ist was Pumpgun chest also ja das ist doch nice 300 Holz für ein Jagdgewehr mal schauen ob wir das kriegen sind die dumm warum haben die die chest da übersehen naja jetzt ist es meine der Leute das ist jetzt halt hey lol der eine ist disconnected alles klar aber jedenfalls jedenfalls ähm ja jedenfalls ähm ja nächste Woche oh nice das sind so Steine da kann man so krass jumpen jedenfalls ähm am Freitag gehe ich zu Linus und dann drehen wir was krasses ich mein eigentlich kann ich ja schon sagen was es wird und zwar was ziemlich nice ist denn äh er hat jetzt eine Glidecam bestellt das ist äh ein Stativ mit Gewichten da wird äh ist halt wie bei einer GoPro nur eben bei einer DSLR wenn ihr wisst was ich meine die Stabilisierung ist halt wie bei einer GoPro da und ähm dann machen wir halt so ein Video so ohne Glidecam versus mit Glidecam das wird ziemlich nice oder wir machen irgendeinen Filmle vielleicht unter Geschoss 3 wer weiß guckt es euch übrigens an wenn ihr es noch nicht gesehen habt weil ja vor den 91 Abonnenten danke dafür übrigens äh haben das natürlich nicht so viele gesehen wie die neueren Videos also guckt euch das mal an ich mach da oben rechts äh Info Dinge das ist dein Ernst das hat schon jemand sich geholt und liegen lassen sick tim ach ja Leute es ist halt Fortnite ne ist halt so ne Sache ist halt im Trend übel im Trend und man kann schnell Abos und Klicks damit kriegen aber ich mach es halt nur weil ja es ist einfach logisch jetzt ein Fortle Video zu machen weil alle danach gefragt haben ja schreibt mal in die Kommentare ob ihr mehr davon sehen wollt also ich mein ich werd jetzt nicht den ganzen Kanal zu nem Fortle Kanal umstellen weil das wär ne also so ein Trend so ein ich folg nicht gerne außer das mit dem Fidget in ner Video wenn wenn sich da manche dran erinnern können noch ähm ja get your ass over here wenn die sollen echt mal Hanne macht guckt euch mal den an hm übrigens ich hoffe man hört mein Laptop nicht also das Rauschen vom Laptop weil zeig euch das mal kurz hier ultra ist am Start ne das könnt ihr nicht mit euren billigen Raspberry Pies das wette ich ja da wo da ist dass die die Poe das zerstört wurde vom Meteorit aber ich sehe keinen aber da hat jemand geschossen ah ja die Gun ist so nice die hittet instant muss Einzelschuss machen dann ist der Rückschuss nicht so oh der der war präzise ähm hallo please help me help me please ist es euer ernst thanks alter ich dachte schon der verweigert das jetzt ja dann hätte ich ihn in die Fresse geschlagen so wir zerstören jetzt einfach hier unten alles damit sie runterfallen wie macht nein die Sonne kommt move the zones coming bin jetzt noch von links einer kommt leute das müssen wir schaffen wir werden es auch schaffen muss man sich versichern oh Gott hallo kommt doch mal ihr idioten dann den klares schuss bild oh da sind sie ja gar die ah ne mal impuls granaten das würde euch nicht so weit bringen leute jetzt geht es um alles es geht um alles da ist bau mir eine kleine base ist der noob egal tür ist nein 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 der typ der gute ist tot die tür ist aufgegangen man kann es nicht zerstören das ist super soll ich das hätte man bedenken können er wird sterben genüsslichkeiht ich